Dramatische Bilder, dass plötzlich Würzburg sich in dieser schrecklichen Weise ins Zentrum des Interesses der ganzen Welt gerückt sah, das war für uns überraschend. Aufgrund der doch Überschaubarkeit der Region kennt sich hier jeder. Der Polizist kennt den Helfer vor Ort und der Notfallmediziner kennt wiederum den Polizisten. Also das ist alles freundschaftlich verbunden und das hat sehr geholfen. Aber auch die Mitarbeiter sind natürlich erstmal schockiert und auch damit müssen wir umgehen. Was dann schon eine Herausforderung war, war der Umgang mit der internationalen Presse. Es gab natürlich wie immer welche, die das Gefühl hatten, es wird ihnen was vorenthalten und versuchten dann, an die Patienten auch direkt dran zu kommen. Aber unser Klinikum ist dafür eigentlich ziemlich ideal, dass wir die Patienten eben auch abschirmen konnten. Der Abschied fiel schwer. Dann waren wir auch alle froh, dass die Patienten in dieser Form relativ gut wiederhergestellt nach Hause fliegen konnten.